In diesem Jahr steigt die Zahl der Flüchtlinge weltweit laut Vereinten Nationen auf den höchsten Stand aller Zeiten. Erstmals werden voraussichtlich mehr als 60 Millionen aufgrund von Kriegen und Armut ihre Heimat verlassen. Mehr dazu jetzt in unserer Meldungsübersicht. Vor allem natürlich der Syrien-Krieg hat in diesem Jahr zum Anstieg der Flüchtlingszahlen beigetragen. Allein im ersten Halbjahr mussten mindestens 5 Millionen Menschen innerhalb ihrer Heimat oder außer Landes fliehen. Besonders besorgt zeigt sich die UNO darüber, dass heuer nur verhältnismäßig wenige Menschen in ihre Heimat zurückkehren können. Mutter Teresa wird im September kommenden Jahres heilig gesprochen. Unermüdlich hat sich die Ordensgründerin im indischen Kalkutta für die Ärmsten eingesetzt. Jetzt hat der Vatikan das für ihre Heiligsprechung notwendige zweite Wunder anerkannt. In der Linzer Kinderklinik ist nun auch jenes Baby gestorben, das träge des hochresistenten Acinetobacter-Keims war. Es erlag seiner Herzerkrankung. Vier andere Kinder wurden von dem Keim befallen. Eines starb vor einer Woche, drei sind noch in Quarantäne.